So Leute, es wird direkt mal wieder Zeit für ein Update-Video zum Bitcoin-Kurs, ihr könnt euch daran erinnern, gestern war es noch soweit, Alameda Research und FTX standen unter extremen Druck, jetzt hat sie sie gerade eben getweetet, ja, this afternoon FTX asked for our help, there is a significant liquidity crunch, Leute, ihr wisst es, vor kurzem, vor zwei Stunden hat FTX auch ihre Auszahlungen gestoppt, Ja, ihr habt es richtig gehört, Binance wird höchstwahrscheinlich FTX aufkaufen, glaubt es oder nicht, es ist unglaublich, es könnte natürlich jetzt gesagt werden, dass sie sie vielleicht doch einen Twitter-Move, so wie Elon Musk gemacht hat und einfach sozusagen die Company so unter Druck gebracht hat, bis sie keine andere Wahl mehr hatten, als tatsächlich an ihn zu verkaufen, wir sehen, seitdem diese News rausgekommen ist, dass Bitcoin als auch Ethereum von wichtigem Support in einer Rekordgeschwindigkeit gebounced sind und Leute, das sind doch wirklich mal sehr positive News hier an der Stelle, einfach aus dem Grund, weil mit einem Schlag, mit einem einzigen Tweet, gerade eben das ganze Fiasko bei FTX und Alameda Research höchstwahrscheinlich beendet wurde, indem Binance jetzt die Kontrolle übernimmt und diese natürlich über unglaubliche Liquiditätsmittel verfügen und somit natürlich kein Risiko mehr besteht, dass FTX nicht in der Lage sein wird, Nutzer auszuzahlen oder das Worst Case eintreten würde, dass Spekulationsrisiko eintritt, dass FTX insolvent geht, woran ich ja persönlich, habe ich ja auch in meinem gestrigen Video gesagt, sowieso nicht wirklich geglaubt habe, ich bin davon ausgegangen, dass FTX definitiv alle Funds verfügbar hat für Nutzerauszahlungen, nichtdestotrotz war es natürlich etwas besorgniserregend, dass erstmal vor zwei Stunden die Auszahlungen tatsächlich gestoppt wurden. Leute, was für unglaubliche News, die Frage natürlich jetzt, was bedeutet das für den Bitcoin-Preis? Man muss natürlich sagen, es wird jetzt weiterhin erstmal große Unsicherheit herrschen, denn ein Non-Binding-LOI, Letter of Intent, das bedeutet natürlich nur, dass sozusagen auf Papier gebracht wird, dass beide Firmen dasselbe Ziel verfolgen, dass Binance eben FTX kaufen möchte, dass FTX von Binance aufgekauft werden möchte, jedoch ist das ein Non-Binding-LOI, das heißt, es kann natürlich dort dann noch ein paar weitere Entwicklungen geben, vor allen Dingen natürlich nach der gesamten Due Diligence, die jetzt Binance hier anscheinend vornehmen wird, das heißt, nach der ganzen Überprüfung von FTX der Firma selber, könnte es natürlich gut sein, dass dort dann irgendwas ans Licht kommt, was dazu führt, dass dann eben doch nicht aufgekauft wird und das würde natürlich erneut dann FTX sowohl als auch Alameda Research vor allen Dingen unter extremen Druck bringen, aber im Endeffekt vor allem Alameda Research, die natürlich extrem overleveraged auf FTT gesetzt haben, mehr oder weniger in ihrem Balance-Sheet und mit natürlich auch zum Teil Loans gegen diese geoverleverageden FTT. Seitdem dieser Tweet vor kurzem rausgekommen ist, haben wir jetzt ein aggressives Reversal gesehen, wenn wir einfach mal in die Charts schauen, können wir nichtdestotrotz sehen, dass dieser Dump genau bei wichtigem Support gestoppt ist, das heißt, charttechnisch sieht das Ganze natürlich jetzt erstmal gar nicht so schlecht aus, wir müssen aber natürlich sagen, wenn wir hier mal auf die kleineren Timeframes gehen, dann können wir sehen, dass Bitcoin nichtdestotrotz gerade etwas Probleme hat, hier durch diesen horizontalen Widerstand durchzukommen. Ich glaube trotzdem weiterhin, dass die ganze Situation jetzt erstmal für extreme Unsicherheit gesorgt hat und wir natürlich hier an der Stelle definitiv nicht sagen können, dass jetzt nur weil Binance FTX höchstwahrscheinlich aufkaufen wird und FTX da auch tatsächlich dafür ist, muss man natürlich trotzdem sagen, ist das Ganze aktuell keine Garantie, dass diese ganze Situation nicht doch sehr, sehr viel Unsicherheit nichtdestotrotz in den Markt gebracht hat und bei Investoren und wir aus diesem Grund eben weiterhin doch damit rechnen müssen, dass potenziell eben ein weiterer Abverkauf und eine finale Kapitulation bei Bitcoin und Ethereum stattfinden wird. Das müssen wir zumindest, solange wir hier natürlich nicht erneut wieder aus unserer großen aktiven Bärfleck hier nach oben ausbrechen und somit dann natürlich auch unter über unseren abfallenden Widerstand auf dem Daily und auch Weekly Timeframe, über den wir ja bereits vorgestern in meinem Video geredet haben. Das heißt, wir sehen aber, über die nächsten zwei Wochen wird es so bald sein. Wir werden eine Entscheidung erwarten können, denn wir befinden uns ja wirklich genau zwischen abfallendem Widerstand und leicht ansteigendem Support jetzt mit den Wochenkerzen. Das heißt, ich hoffe natürlich weiterhin auf ein positives Breakout und damit können wir dann eben auch davon ausgehen, dass relativ zeitnah dann doch erstmal die 27.000 Dollar erreicht werden, wo wir dann eben eine finale Confirmation erwarten, ob dieser Bärenmarkt denn jetzt endlich vorbei ist oder eben noch ein bisschen weitergehen wird. Aber wir müssen natürlich bei Ethereum als auch bei Bitcoin jetzt erstmal über die überliegende Trading Zone jetzt erstmal wiederkommen und es muss eben doch noch einiges getan werden, um eben Confidence im Markt wieder herzustellen. Leute, das ist natürlich eine ganz klare Sache und aus diesem Grund, Leute, möchte ich euch weiterhin empfehlen, einfach ein bisschen vorsichtig zu sein. Wir können weiterhin erwarten, dass in den nächsten zwei, drei Tagen viele Dinge vielleicht weiterhin auf Twitter veröffentlicht werden, von beiden Seiten, dass dieser, vor allen Dingen dieser Due Diligence Prozess, das heißt diese, ja sozusagen diese Analyse, Security Analyse und generell die ganze Exchange Analyse von FTX, von Binance natürlich irgendwelche Dinge ans Licht bringen könnte, die dann wiederum doch dazu führen, dass zum Beispiel potenziell bestätigt wird, dass Alameda Research auf jeden Fall insolvent gehen wird. Das hätte trotzdem extrem negative Auswirkungen auf den Kryptomarkt. Das heißt, ich stelle mich hier persönlich wirklich auf sehr volatile Tage jetzt ein. Ihr wisst es natürlich, in den letzten Wochen haben wir es immer wieder gesagt, der Volatilitätsindex war bei einem All-Time-Low und zwar noch nie so lange wie zuvor. Und da muss man natürlich sagen, jetzt scheint die Volatilität tatsächlich zurückzukommen. Zwar nicht charttechnisch, also charttechnisch natürlich auf jeden Fall, aber eher durch News verursacht. Und zwar, naja, wie gesagt, dass jetzt hier tatsächlich potenziell nach der ganzen Katastrophe bei Alameda Research mit dem Balance Sheet, der potenziellen Insolvenz von Alameda Research, wäre FTT weiter gedumpt. Und jetzt tatsächlich die News rauskommt, dass FTX einfach höchstwahrscheinlich von Binance aufgekauft wird. Was eine positive Sache ist, aber auch eine etwas negative Sache, denn das führt natürlich dazu, dass sich der ganze Space etwas mehr zentralisiert, denn Binance ist aktuell bereits ein riesiger Player und hat damit sozusagen jetzt die zweitgrößte, zumindest Spot-Handelsbörse übernommen. FTX ist natürlich bei weitem nicht der zweitgrößte Exchange, was Nutzerzahlen und auch Gesamt-Trading-Volumen angeht. Aber Spot-Börsentechnisch ist FTX natürlich ein riesen Player am Markt. Und aus diesem Grund muss man natürlich sagen, wenn das Ganze geplant gewesen sein sollte von Binance von Anfang an, dann wäre das natürlich vergleichbar mit dem Move, den Elon Musk hier bei Twitter gemacht hat. Vielleicht auch da die Inspiration her, aber bis jetzt muss man natürlich einfach nur sagen, es gab ein veröffentlichtes Balance-Sheet, dieses sah extrem, extrem negativ aus für Alameda Research und damit natürlich auch für FTX. Und das Einzige, was bis jetzt public gesagt wurde, ist, dass Binance, und das ist auch vollkommen verständlich, eben vorhatte, seine FTT zu verkaufen, weil es eben ein unnötiges Risiko gibt, dass FTT komplett übergeleveraged wurde und dass, wenn Alameda Research auch nur etwas unter Druck geraten würde, sie gigantische Mengen an FTT verkaufen müssen, was den Kurs natürlich nach unten gedrückt hätte. Und somit macht es natürlich für Binance nur Sinn, ihren restlichen Stake an FTT erstmals zu liquidieren. Nichtsdestotrotz, dass diese ganze Situation jetzt hier passiert ist, gut, this after noon, wie gesagt, FTX ask us for help. Das heißt, es scheint tatsächlich eine Sache zu sein, vor allen Dingen, weil ja auch ein Letter of Intent unterschrieben wird, ist es ja tatsächlich so, dass das Team von FTX definitiv das Ganze auch hier an der Stelle will, in der Situation, in der sie sich jetzt gerade befinden. Ja, und aus diesem Grund kann man natürlich sagen, Hut ab vor der ganzen Situation jetzt hier erstmal. Leute, Volatilität wird definitiv in den nächsten Tagen gegeben sein. Bleibt gespannt, ich werde euch updaten. Ich würde euch liebend gerne jetzt hier irgendwas über die Charts erzählen, aber man muss natürlich ganz klar sagen, das Einzige, was wir erstmal positiverweise gesehen haben, ist, dass Bitcoin als auch Ethereum wirklich bei sehr, sehr wichtigem Tagessupport gebounced sind. Und solange wir jetzt am heutigen Tag erstmal es schaffen, die nächsten Stunden noch diese Tageskerze so weit aufgekauft zu lassen, dann ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht mal so gering, dass wir in den kommenden Tagen auch einen weiteren positiven Kursverlauf sehen werden. Das heißt, hoffen wir auf jeden Fall darauf. Wie immer würde ich mich natürlich darüber freuen, Leute, wenn ihr einfach mal diesem Video hier einen Daumen nach oben geben würdet. Vergesst natürlich nicht zu abonnieren, die kleine Glocke zu aktivieren. Denn denkt daran, wir als Team, es sind aktuell nur 100 Leute in meinem BitGet Trading Competition Team, wir können uns bis zu 30 Bitcoin an Preisgeld abholen als ein Trading Team. Nicht mal 100 Leute sind im Team bis jetzt drin. Das heißt, ihr merkt schon, mehrere tausend Dollar Preisgeld plus 2 Millionen Dollar, die BitGet aktuell an persönlichen Preisgeldern rausgibt. Das heißt, für die Leute, die die beste Trading Performance in dieser Competition haben, dafür braucht ihr nicht mal viel Geld. Es geht natürlich um Prozente und nicht um den Gesamtbetrag an Geld, den ihr erwirtschaftet. Das heißt, macht einen Nutzen aus dieser ganzen Trading Competition, kommt in das Team. Denn sobald ihr da drin seid, nehmt ihr nicht nur an den 30 bis zu 30 Bitcoin, die wir als Team gewinnen können, teil, sondern auch an den 2 Millionen Dollar, die ihr zum Teil als Einzelpersonen verteilt gewinnen könnt. Aus diesem Grund, Leute, wie gesagt, gerne mal in der Videobeschreibung vorbeischauen und ganz groben in der Kommentarsektion. Dort verlinke ich euch mein BitGet Team. Da würde es mich natürlich freuen, wenn ich noch einige von euch sehen würde. Und ansonsten, Leute, würde ich jetzt tatsächlich sagen, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, vergesst nicht zu abonnieren. Es ist ein kurz und knackiges Update zu der ganzen Situation. Ich will euch nur warnen, erwartet weiterhin einiges an Volatilität. Denn diese Situation hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass der ganze Kryptomarkt mal wieder aufgewacht ist. Jetzt würde ich aber sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein, ciao, ciao. Ciao.